Hallo, herzlich willkommen, voller Vorfreude zu Let's Play Hörda. Richtig, heute gegen Augsburg, genau ein Konkurrent über uns, Augsburger Puppenküste. Okay, weiter geht's. Nee, der war nicht okay. Ja, war okay. War okay. Wir haben ja noch kein zentrales Mittelfeld, wirklich so. Ja, Strecke, okay, Stammspieler, aber O'Neill? Ja, O'Neill, der lebt am Nil, wa? Krokodil. Ja, okay, wir freuen uns sehr aufs Spiel. Nach den ganzen Niederlagen, egal, wird schon, Daumen drücken. So, da sind wir auch schon. Im Olympiastadion. Und wir spielen in den Dunkeln. Wenn es nicht mal hier geil wird. Wir gleich. ich er kann nicht schieß einfach rauf oder gibt ab oder mach irgendwas aber verlier den Bein nicht auch viel zu spät aber klar warst du mich hier voll mehr als anbieten kann ich mich nicht ja anbieten nennst du das ja ich stand ganz frei hm klar hab ich gesehen dass du frei standst so weiter gehts ich hab ihm mal Schelle gegeben und jetzt ah Kajubi den kann ich nicht rein hey das gibt es nicht ey ey das erfüllt ich so gar nicht ich auch nicht da war nichts Schiri hast nichts gesehen 走 走 ey ey sehr gut alter ist das schnell ist das oh nie oh nie bringt es alter oh Stocker verliert die Ball Hazard holt ihn wieder alter ich tippe an ey oh schade sehr gut sehr gut nein ok ja da hab ich gar nicht hingepasst Kürz war nix da war nix nicht ein bisschen war da Klauerstuhl was für eine Mauer Mann ey Kannst du schon wieder nix verwegen? Ich krieg die Panache Ich nicht Das gibt's nicht eh Ich tipp an ey und der passt dem Ball sonst wohin Ey Hol ihn doch um ey Junge ey Das muss rot gehen Ganz ehrlich Ich bin da voll im Vollsprint Jaja Du bist nur noch Flachpfeif So dicker Deine Chance Den Wissen haben Der ist Lassen ja Ja klar Hier bitteschön Wo bin ich denn? Ich hab den falsch Ich hab den falsch Nein Das gibt's nicht Klar ey Hier wäre ja Madrid 2 oder? Kommen zu den Kommen zu den Rück rum Uhhh Schade Schade Schiri kommt ne Ecke hierhersehen Ne Schiri kommt ne Ecke hierhersehen An ner Linie oder? Ne Warte Gib mir doch den Außen ey Gib mir doch den Außen ey Ey 2 Leute und keiner kriegt ne Beine Rausche Lass Kommen 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 Der eigene Mitspieler, Alter. Das kann ja nicht wahr sein. Das war so klasse diesmal gespielt. So viele Spieler um ihn herum, keiner kriegt ihn. Ja, ja, alles klar. Jo, ja, läuft man wieder gar nicht hier. So schlecht spielen wir gar nicht. Aber irgendwie sind wir nicht konsequent genug. Schade. Ja. Wäre ein bisschen peinlich gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Kraft, hau deinen eigenen Mann. Ey, ich hab doch... Ey, wie kriegt... Kann er den Ball kriegen? Ganz ehrlich, ey. So ein Geschiss, ey. Nasehurt. Mach doch mal jetzt hier. Vollzeitspielschiri, ey. Sehr gut. Ey. 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 Nein, ich wollte, ich wollte ziehen, weiter, weiter, ja, ich weiß nicht doch, trotzdem wollte ich ziehen, alter, haut da mich um, na, oh, herzchen, geil, ey, der war doch groß, alter, nein, ich wollte doch nach oben, warum machen die das nicht, was ich will, sehr gut, der lässt mich hier nicht, da rüber, 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 ja, ja, man, alter, entschuldigung, aber, ego muss sein, entschuldigung, entschuldigung, ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen, aber da hab ich schon gedrückt, ist egal, ey, hauptsache ein Tor, ey, Oh, alter, da geht mir aber gerade der Arsch aufgrund, ey, ey, voll verdient, ey, ganz ehrlich, okay, weiter, müssen viel öfter diese Flügel wechseln und so machen, ey, wirklich, das hilft auch ganz gut, Ja, klar, genau, genau, der ist da, keine Ahnung, du kommst, nee, Karim Abdul-Jabbar oder so, ne, Ah, Schulz, der spielt heute auch vor Freude hier, macht auch ein richtig gutes Spiel, ne, ich mach gleich weiter, ich hinterlaufe, Ja, aber egal, ist gut so, Mitte, 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 oh, schade, alles gut, Müssen gleich mal auswächsen Okay, auswächsen mal schnell Und zwar, oh, Strecker ist auch ganz schön fertig Mh, da mach mal Zigatje rein Und, mach mal Drimitsch oder Mayuka für den Sturm Mayuka ist der Konterstürmer Ah, scheiße, das ist eine schwierige Entscheidung Sag was Sag doch mal, Oma, Setter, bitte Aber mein Gefühl würde ich mal Yuka nehmen Okay, habe ich jetzt auch so gemacht Ah, Stocker will ich eigentlich drin lassen, der ist eigentlich auch sehr gut Wir spielen leider zu selten über ihn Ich würde lieber das dann noch so machen Das hat auch immer ganz gut geklappt eigentlich Ja, lass mal so Ich weiß, wo du hin spielst Scheiße, ich hab mich trotzdem nicht gekriegt Sehr gut Weg damit Wetter, wetter Sehr gut, sehr gut Rückraum Nein, ja, ja, nein, ich hab ihn Nein, 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 nein Weiter, weiter Oh scheiße Alter Das war eine 100%ige eigentlich, wow Fuck, ey Ich hab Ver awkward Ich hab verkackt Ah, ich wollte sagen, Alter Das war total fair, ey Mitte, genau Nein. Unser. Oder? Nein. Doch, doch. Alles gut. Okay. Du wuchs. Was machst du denn? Deine Umhine. Deine Umhine. Sauber. Unser. Sehr gut. Weiter. Ah. 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 Genau. Genau so. Oh. Mayuka auch. Mann ey. Ecke Ecke. Haben wir da irgendwelche große? Große. Auf dem spiel ich jetzt auch. Nein. Nein. Noch mal Ecke. Weiter. Meinst du? Warte. Ich geh ab. So. Nein. Oha. Entschuldigung. Oha. Oha. Ich dachte ich krieg ihn rein aber. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank war ich nicht reingeschritten. Oder was. Oha. 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 Alter Geil 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 Bin der da geblieben so Zack und dann zack und dann zack Auflück gehabt Alter Ich hab schon voll graue Haare Ich hab schon voll graue Haare Ich bin 23 Ich hab schon graue Haare Oh Sauber Endlich mal wieder ein Spiel wo wir Bis zum Ende gekämpft haben und Gott sei Dank gewonnen Eigentlich immer Ja diesmal besonders Auch die Auswechslung waren richtig gut diesmal Wir haben nochmal richtig Schwung gebracht Richtig Ja Außen Genauso Genauso Haha Dicker Abgefälscht Ja Alter Bam Oh Sehr schön Sauber Der war wichtig der Sieg auf jeden Fall Ich schau mal auf die Statistik Ja auch verdient War verdient So Dann schauen wir nochmal auf die Tabelle Was sagt die Schönes aus Ich spule mir ein bisschen vorher hier So Und Elfter wieder Mit 36 Punkte Also Kassenhalt ist auf jeden Fall gesichert Gesichert ja Jetzt können wir nach vorne gucken Ja Aber Die anderen sind auch schon ziemlich weit weg Ja Könnte man mal drüber nachdenken den Verein zu wechseln oder? Ja Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben was ihr davon halten würdet Wenn wir mal den Verein wechseln würden Oder ob wir noch ein bisschen bei Hertha bleiben würden Ja Finde ich auch Ja Könnt ihr ja mal Reinschreiben Jo Und ähm Dann sagen wir noch einen schönen Tag ne? Genau Bis zum nächsten Mal Wenn es heißt Let's play Hertha Richtig Ciao Ciao